Ich komm hier nicht hoch. Schnee! Dann einmal außenrum. Ich hab ja keine Wahl. Jetzt darf ich ihn erschießen. Okay. So unnötig grad. Das war richtig unnötig. Oh, ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Oh, ich hoffe, er stirbt nicht. Ich mag ihn so sehr. Ist ein richtig cooler Charakter. Wehe, du stirbst. Das verzeih ich dir nicht. Und ich hab hier nur meine scheiß Revol... Oh, wir werden sterben. Ich kann mein Pferd leider nicht rufen. Oh. Okay, come on. Outsch, da oben schon wieder. Au, au, au. Okay, warte, warte, warte. Hat sie ihn? Sehr gut. Mann, die ist zu schnell. Ich komm gar nicht hinterher. Danke schön, aber stimmt zu schnell. Hat die PS4 nicht mitbekommen. Kommt mir fast so vor. Ganz zu schnell für dieses Spiel. Okay. Ohne Hut kämpft sich das schlecht. Ohne Hut. Ein Schneeengel. Ich find das cool, dass wir jetzt hier im Schneegebiet sind. Guck mal, die schlafen so wunderschön. Der sieht aus wie Dutch ohne Scheiß. Er hat so Ähnlichkeit mit ihm. Guck mal. Oh, fuck. Vor allem, die ist noch total die harte Sau jetzt. Die wurde abgestochen. Nein, ich mach die beide voll. Geht durch wie ein Panzer? Ja, jetzt nicht mehr leider. Die Musik gerade. Ey weh, ihr sch- Ich hasse euch, wenn ihr jetzt verreckt. Ich mag euch. Wir, ihr sterbt jetzt. Guck mal jetzt! Chiss mal, Chiss halt. Älä rein! Die Musik ist gerade so cool. Ich guck mal kurz, wartet, äh, Spiele. Ich bin immer noch untergewichtig. Ich fress doch wie ein Schwein. Ich verstehe das, einer. Achso, der ist schon tot. Mal kurz plündern. Vielleicht haben die irgendwie... Heilsachen oder sowas. Angebrochene Arznei. Sowas zum Beispiel. Okay. Die Musik ist echt gut, ja. Finde ich auch klasse. Okay, der Hut sieht total scheiße aus. Egal. Was willst du denn? Der Hut gefällt mir schon besser. Nee, nicht das hier. Geh mal weg. Ich hoffe, die haben keine Läuse. So, Munition, starke Arznei. Genau darauf, äh... Genau deswegen suche ich die gerade ab. Lawine! Es ist so kalt hier. Ich muss euch mal wärmen. Musik könnte auch aus den Filmen spielen. Das Lied vom Tod sein. Stimmt. Mit Ähnlichkeiten. Ah, ich liebe so eine Musik. Richtig klasse. Ich bleib jetzt einfach hier die ganze Zeit und wir hören uns die Musik an. Okay, er hat gerade Zuckungen. Gesundheitserfahrung. Er zittert. Ja, ich glaube auch. Wir müssen ihn wärmen. Hinter mir. Ihr Schweine, ne? Süßes, Sparta. Wo kommen die denn jetzt alle her? Da oben rechts ist auch noch einer. Wo kommen die denn? Das war's für heute. Oh, Micah, wo bist du? Komm hier. Endlich kann ich dieses miese Schwein hoffentlich töten. Die haben echt ihr Lager hier oben. Wo ist er? Versteckt sich dahinter, ne? Da macht das Töten noch viel mehr Spaß. Wo ist der Sackges... Sackarsch, Sackgesicht. Je nachdem. Sackarsch, ich hab keine Ahnung, wie ich darauf jetzt komme. Ich bin müde. Ich verdreh Worte. Oh, wie geht denn das hier? Hast du ja pünktlich schon zwei ausgemacht. Alter, es ist ja schon gleich drei. Was? Was? Och, nö. Wie jetzt? Das war doch gerade erst ein Uhr. Hey, Micah! Micah! Okay. Kann man mal hin. Der ist bestimmt auf nem Scheiß-Klo. Micah! Das ist alt geworden. Das ist alt geworden. In a few years. How's that a... Whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. Zählen kann er aber auch nicht, ne? Hä, der hat sich auf einmal... Was war das denn? Renn, du Arsch. Oh, er ballert aber ganz schön hier, ne? Hä, warum pottet der sich denn immer weg? Was soll denn die Scheiße? Oh, Sadie! Sie wird sterben, ne? Sie wird sterben. Oh, bitte Sadie nicht. Er nutzt es jetzt aus, weil sie so schwer verletzt ist, ne? Oh, Sadie, warum bewegst du dich denn? Mann, du blöde Kuh. Du dreckiger, verfickter Penner. Du dreckiger, verfickter Penner. Der musste jetzt sein. Du stinkendes Eis. Oh ja, gib mir beide. Oh ja, gib mir beide. Oh ja, ich will beide trüten. Der hat sich trotzdem mit ihm zusammengeschlossen. Oh, ich hab grad richtig Hass. Ich hasse ihn. Ich hasse Dutch. Ich hasse ihn so sehr. Ja, okay. Darf ich nicht machen. Also muss ich zuerst auf Dutch schießen und dann opfert sie sich, damit ich dann den anderen... Ich seh, ich seh, ich seh es kommen. Sorry für die Kraftausdrücke gerade, ne? Ich muss aber... Okay, ich muss ihn erst zuhören. Mann, ich will ihn umbringen. Lass mich doch. Lass mich doch den Typen endlich töten. Darauf warte ich die ganze Zeit. Diese Liebe. Hm? We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Ist nicht mehr der von früher. Das ist der... Kann ich ihn... Oh mein Gott. Hast du mit den Kraftausdrücken? Ja, ich sag's trotzdem. Das ist grad dieser Hass. Ich hab grad richtig Hass. Ich will beide töten. Oh, ich will dich aber töten. Das ist ja, die wird sterben, ne? Shit. Ja, lass mir klar, dass du nichts mehr zu sagen hast. Was? Oh, jetzt darf ich aber Dutch töten. Oh, please. Ja. Jetzt ist er auch ein Verräter. Du hast mich ziemlich gut. Oh, yeah. Nochmal, nochmal. Stirb bitte kurz, dass ich das nochmal machen darf. Das tut grad so gut. Das tut grad so gut. Darf ich jetzt Dutch auch töten? Danke. Danke. Nein. Nicht bedanken. Töte ihn. Töte ihn. Warum lasst du ihn laufen? Ja, die ist echt verrückt. Ich mag sie so sehr. Ja, die ist echt verrückt. Ja. Boah, das ist aber wirklich ne Menge. Oh, bitte stirb jetzt nicht. Nee, du stirbst. So, komm her. Oh, ist das ne taffe Braut. Pottipods. Pottipods. Dankeschön für den Follow. Schönen guten Morgen. Kann ich ja schon sagen. Was mich ärgert ist, dass Dutch jetzt gehen durfte. Das ärgert mich richtig. Warum konnte ich die Sau nicht umnieten? Achso, kennt ihr euch? Oh, Toni, dankeschön für den Host. Vielen, vielen Dank. Ich stream auch immer noch. Ich mach aber auch gleich Schluss. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Was habt ihr gespielt? Der Potti ist auch bei uns. Macht wieder Werbung. Guten Morgen. Ich wurde von Cactus Jack gezwungen. Man muss nicht gezwungen werden. Alles gut. Man kann hier ruhig freiwillig sitzen. Vergierst du es? Du musst noch ne Stunde. Nein. Ich hab's geschafft. Ja. Endlich. Dieses Spiel ging so lang. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf heute. Oh, ich freu mich grad so sehr. Listen bad, ja. Endloser. Der Titel passt auch noch. Das war wirklich endlos. Und hi für das Sub-Geschenk. Yay. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir noch zwei Stunden labern. jetzt können sie noch ein paar Bibis machen. Jetzt können sie noch ein paar Bibis machen. Wow. Jetzt online redded. Jetzt mach ich gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich die Story mal durch hab. Was für ein geiles Spiel. Wow. Noch bis 6 Uhr. Nee. Wir sehen uns ja Sonntag schon wieder. Also morgen. Oh. Sie haben geheiratet, also doch kein Happy End. Rip John. Ja, der arme Mann. Der tut mir wirklich leid. Ein Kurs vorm Ende in Adventure Mode und Smash Bros. Ah. Sehr cool. Da muss ich echt mal ein bisschen nachholen. Bin da voll noch am Anfang. So. Guckt man einmal nicht hin, bist du einfach weg. Wir haben's geschafft. Oh. Ich freu mich grad so sehr. Das Spiel hat so fucking viel Spaß gemacht. So viele lustige Momente, die hier aufgeploppt sind. Aufgeploppt? Was red ich da? Es ist 3 Uhr. Es tut mir leid, wenn ich komische Sachen sage. Megacool. Und die Musik geb ich mir jetzt auch. Wenn's Stunden dauert, ist es mir egal. Ja. Oh, so schön. Wie hat euch denn Red Dead gefallen? Mir hat's so viel Spaß gemacht. Jetzt PUBG-less? Nein. Das spiel ich nicht. Ich mag PUBG nicht. Ihr könnt mich jetzt ruhig hassen, aber ist nicht meins. Schau, dass der andere Penner nicht tot ist. Ja. Also die, die das jetzt nicht mitbekommen wollen, ähm... Schaltet mich lieber stumm. Hat Sadie da grad ein Kleid an? Wow. Das war doch Sadie, ne? Wow, die sah richtig gut aus. Du spielst Overwatch, das ist Cancer hoch 10. Für mich nicht. Ich spiel's ja auch nur zum Spaß und nicht sehr oft. Und PUBG ist für mich Cancer. Ich hasse das einfach. Ich mag Battle Royale nicht. PUBG ist nicht meins. Aber jeder hat einen anderen Geschmack zum Glück. Das erste Spiel, das mich beim Zuschauen immer wieder wirklich gefesselt hat. Ja, das hat auch echt mega Bock gemacht. So viele Fails, die ich hier hatte. Die Story so mega cool. Es hat sich am Ende ein bisschen gezogen, aber... Hat trotzdem Spaß gemacht. Und die lustigen Momente, die hier einfach aufgetaucht sind. Dieser Kult und all so'n Scheiß. Ich musste so lachen. Das war mega. Ich habe mehr gefesselt als Siegen. Mehr gefesselt als Siegen? Ja, mehr gefesselt als Siegen. Ich habe mich noch alle studieren. Ich bin froh, dass ich die Story heute geschafft habe. Ich bin froh, dass ich die Story heute geschafft habe. Ja, 100% mach. Easy, geht ja schnell. Geht ja schnell. Die Musik ist auch so cool. Ich hatte so viel, so viel Spaß. Dieses Ella sieht auch wunderbar aus, wenn sie blutbesudelt ist. Ja, Toni, das stimmt. Mensch, ich mag die so sehr. Die ist so krank. Die ist so krank. Ich mag die voll. Sonst wird Liz nur von alten Frauen gefesselt. Wow, die Klappe. Schon ein gutes Game, hat aber auch lange genug gedauert. Ja, es hat wirklich sehr lange gedauert, das stimmt. Am Ende hat sich das ein bisschen zu sehr gezogen. Aber gut. Hat trotzdem Spaß gemacht. Er geht jetzt. Was? Und das ist Ella, also. Schöne Musik. Die muss man sich anhören. Ich glaube, die wurde in dem Keller immer zu viel vergewaltigt. Hat einen Knacks weggekommen. Der war böse. Der, der war, der war böse. Wow. Der war ein bisschen sehr böse. Oh, so schöne Musik. Ich fand die Stimme auch richtig geil. Von den Charakteren. Hab mir auch gedacht, dass das Ende voll übel rausgezogen wurde. Ja, etwas. Wir haben es jetzt gleich drei Uhr. Oh, wir haben es sogar schon drei Uhr. Durch. Ja. It's funny because it's true. Trotzdem ist es übel. Nächste Woche, Freitag, ähm, können wir das letzte DLC von Spider-Man dann auch noch beenden. Dann kann ich das Spiel auch löschen. Dann habe ich wieder mehr Platz. Ja. Kriegt wieder Platz. Backe. Selber backe. Spider-Man muss ich mal die DLCs starten. Hm? Mach das. Mach das. Wieso, du hast dann noch sowieso mehr Platz? Ich muss erst schauen, wie es funktioniert. Ich habe immer so ein Glück mit Technik, dass es dann irgendwie nicht funktioniert. Erst abwarten. Ich probiere es nachher aus, wenn ich ausgeschnitten habe. Ich merke, die weiße Schrift tut in meinen Augen sehr weh. Das bedeutet, äh, ich bin übermüdet. Ist jetzt wieder soweit. Oh, wie schön. Ein paar Fälle für andere Killer als auf dem PC. Ach, die muss man sich doch auch extra kaufen, oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Oder kriegt man die gratis? Ich glaube, man muss die sich extra kaufen. So, ich hole euch mal ins Bett. Hab einen erholsamen Schlaf nachher. Und tschüss, ihr Lieben. Schlaf schön, Toni. Und danke nochmal für den Host. Und träum was Schönes. Ich gehe auch gleich ins Bett. Ich war jetzt nur hier auf das Ende. Also, ich möchte mir noch die Musik geben. Außerdem sind hier auch so ein paar Szenen, ne? Das haben wir uns verdient, dass wir uns das jetzt anschauen. Die Fragen herum. Pokémon sucks doch noch durch jetzt, oder nicht? Jetzt nicht. Jetzt bestimmt nicht. Am besten fand ich das Ende. Also, da, was? Also, als es wirklich zu Ende war. Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Ich möchte noch mehr rated. Ich kann zwar online spielen, aber das mache ich irgendwann. Ist ja noch in der Beta, deswegen mal gucken. Ach, eine Stunde geht doch noch. Hm, gar nicht. Komm, wir brauchen ein Host oder so, damit sie länger streamen muss. Nein! Nein, bitte nicht. Ich bin wirklich müde. Lasst mich. Ich habe jetzt wirklich heute eine ganze Menge gestreamt, ja? Sogar mit beschissenem Internet. Das gerade mal funktionierendes Internet, das muss genutzt werden. Das ist komisch, dass es jetzt auf einmal, wo die meisten schlafen gegangen sind, jetzt funktioniert es. Ich glaube, die anderen haben die Leitung belastet. Daran liegt es. Ist das Tilly? Oder wie die hieß? Oh, wie cool. Aber schön, dass wir sie auch nochmal sehen. Sie ist also glücklich, das ist schön. Die meisten Namen kann ich da gar nicht aussprechen. Ich könnte jetzt echt schlafen, ohne Scheiß. Seht ihr, fängt schon an. Aber die Spinnen sind noch nicht fertig mit dem Bodenton in deinem Bett. Dann müssen sie fertig sein. Ich schmeiße mich ins Bett und wenn sie zerquetscht werden, haben sie Pech. Ganz einfach. Jetzt kannst du noch weiter streamen, jetzt leckt dein Stream. Ja, das ist komisch. Jetzt, wo ich aufhören will, leckt es nicht. Das ist doch furchtbar. Jetzt ist es stabil. Ich habe keine Ahnung. Vorhin hatten die wohl einen totalen Ausfall oder so. Voll komisch. Sogar der Endscreen dauert Jahre. Ich glaube, wir hören uns jetzt die ganzen Soundtracks an. Oh, den kennen wir doch. Oh, wie cool. Nice. Ist schön, dass man die Charaktere nochmal sieht. Haben also ein paar überlebt und haben wieder Fuß gefasst. Sehr schön. Aber die knacken bestimmt, wenn du auf sie springst und ihren dicken, haarigen Körper aufplatzen. Das wird bestimmt richtig satter Plot. Oh, lecker. Lecker. Danke. Die fragen weiter herum. Nicht, dass die uns jetzt finden, ne? Das ist ja richtig scheiße. Worauf läuft das jetzt hinaus? Aber denk dran, Spinnen werden nicht in Waschbecken ertränkt. Ich ertränke keine Insekten. Vielleicht zerquetsche ich sie oder schmeiße sie aus dem Fenster. Ertränken ist... Das ist mehr Quälen. Entweder töte ich sie direkt. Schnell. Wobei ich hier gar nicht so ein Spinnproblem habe. Was auch gut ist. Aber ich schmeiße die Vieche aus dem Fenster. Wie lange hast du ihn gebraucht für Red Dead? Das ist eine gute Frage. Das sind auch locker über 100 Stunden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so 80, 100 Stunden sind. Würde ich schätzen jetzt. Weil ich habe sehr viele Parts, die ich schneiden muss. Und die sind meistens immer 8 bis 10 Stunden lang. Vielleicht ist 100 sogar zu viel. Ich weiß es nicht. Ich sag mal 70, 80 Stunden. So ungefähr. Weil da stehen leider keine... Da stehen nur Prozente. Und nicht wie lange man jetzt gespielt hat leider. Bin ich jetzt auf YouTube? Hallo YouTube! Hallo! Das dauert noch, bis ich das geschnitten habe. So, sie ist wieder fit. Sie lebt noch. Das ist wunderschön. Hat wieder ihre badass Klamotten an. Und geht weiter, Leute. Schlachten. Ich mag die so sehr. Die ist richtig cool. Sie könnte dich im Keller engagieren, dass sie euch foltert. Boah, die hätte Spaß, glaube ich. Die Frau hätte Spaß. Auf 80 Stunden tippen. Ja, so 80, 70, 80 Stunden ungefähr. Ja. Nein, Patsi. Nein. Das wird ewig jetzt... Ewig jetzt vorkommen, ne? Wegen Assassin's Creed. Ach man. Lass mich doch in Ruhe. Sie hat aber auch viele andere Games gezockt, Killer. Habe ich, aber ich habe wirklich sehr oft auch Assassin's Creed gespielt. Stimmt schon. Ich habe es aber auch schon sehr oft freitags gespielt. Siegen, Beste. Nochmal, nochmal. Bis das nächste Assassin's Creed kommt. Yay. Aber ohne Cassandra ist es nicht mehr das Gleiche. Ich vermisse sie jetzt schon. Aber es kommen erstmal ein paar DLCs. Das hängt nach mit Assassin's Creed. Einmal die Woche kam, aber immer Red Dead. Ja, stimmt schon. Kam es wirklich. Mehr DLCs, mehr Ziegen. Ja. Kann, kann vorkommen. Vielleicht muss man sie ja nicht missen. Ich hoffe. Ich mag Cassandra auch so sehr. Die ist auch so badass. Irgendwie mag ich brutale Charaktere. Charaktere. Arthur Moore. Seine Ex-geliebte Frau. Wie ist sie? Mary oder so? Ich habe ihren Namen vergessen. Ich und Namen. Mein List Primetime geht jetzt zu Ende. Müsst ihr nicht mal schlafen gehen? Ist aber schön, dass sie ihn besucht. Aber sie hatte doch mit ihm Schluss gemacht. Also gesagt, dass es jetzt für immer vorbei ist. Dass sie sich von ihnen löst. Und jetzt besucht sie ihn. Warum schreibt sie denn sowas? Ähm, Wochenende? Ja, weiß ich doch nicht. Wird ja sein können, dass ihr vielleicht auch mal müde seid. Irgendwann mal. Hier auch gleich pennen. Ja, ich auch. Schlafen, was ist das? Sleep is for the week, ja. Ich bin schwach. Ich muss gleich schlafen gehen. Aber hey, das zieht sich ja auch hier gerade. Ist doch passend. Müsst ihr das mit der Platte live mit uns ausprobieren? Ich gehe jetzt gleich. Ich mache gleich aus und dann ist es vorbei. Ich probiere jetzt gar nichts mehr. Ich mache mich bettfertig und dann haue ich mich hin. Ich brauche bis Mittwoch nicht schlafen. Irgendwann solltest du mal schlafen. Ist nicht so gesund. Das sagt die Richtige. Durchmachen! Ja, ich bin ja müde. Ich möchte ja ins Pets. Wow, schmeißt es einfach hin. Ich gebe kein Ende. Die Namen fangen wieder von vorne. Ich habe langsam auch das Gefühl. Oh nein. Oh nein, sie haben uns. Oh komm, Happy End, Mann. Erstmal. Da spielt der Vorteil eins, ne? Fuck. Da schaust du noch fresh aus. Das geht noch. Ja, innerlich fühle ich mich aber nicht mehr. Da fühle ich mich nicht mehr fresh. Ey, ich würde so lachen. Jetzt geht's weiter. Ja, genau, Tentakel. Genau das meine ich gerade. Jetzt geht's weiter. Komm, auch noch vier Stunden Outtakes. Mach keine Witz du jetzt mit mir. Never ending game. Ich seh schon. Ich glaub, die wollen einen verarschen. Komm schon, ich bin müde. Testers. Hey, warum ist alles Alex? Alexander. Adam. Alter, es kommt nicht die ganzen Tester. Die lehrt 800 Stunden? Du kranke Sau. Wow, krass. Sag ja Mike aus, Facecam aus und Credits laufen lassen bis morgen. Na, das wär doch was. Das fänd ich jetzt nicht so lustig. Herzlichen Glückwunsch, Killer. Für 800 Stunden. Es ist wie bei Assassin's Creed. Die Credits gehen ewig für Assassin's Creed. Hab ich mal zwei Parts verbraucht. Wow. Ich sitz hier auch noch. Ein paar Stunden. Oh ja, ein Wolf. Mein Lieblingstier. Das endet wirklich nicht, ne? Alter, sie ziehen das aber mit Absicht. Ich kann sie mir nicht erzählen. Deine Lieblingstier sind Eulen. Nein, sind sie nicht. Ich liebe Würfel. Würfel sind so schöne Tiere. Oh ja. Wir haben auch einen Husky. Oh ja, wie sehr ich den liebe. Jetzt ist aber gut hier. Ich bin mit Einköpfen und Wolfsmäne. Nee. Ja. Hm. Diese Vorstellung. Du hast auch schon 32 Stunden? Was? Echt? Du hast auch schon 32 Stunden? Was zur Hölle? Ich bin mit der Stimme von alten Frauen. Oh Gott. Ich weiß, wer das ist. Cool, der lebt auch noch. Oh, der twitcht durchgehend laufend hat, um zu fahren. Kaktus-Zulap. Diese Liebe wieder. Ich weiß, dass ihr wollt, dass ich Brüste. Äh, das geht jetzt noch weiter? Ah, okay. Ja, das ist aber. Jetzt ist aber wirklich mal gut. Mann, Leute. Das waren die Vorcredits. Ja, ich sehe. Ja, happy birthday. Ich sitze hier wirklich noch bis zu meinem Geburtstag hier. Ich würde gerne vorher aber nochmal schlafen, bevor ich diesen furchtbaren Tag habe. Danke. Danke. Mit der Glanzleistung kann man sich schon mal brüsten. Ja, ja. Er streift sich über wie eine Handpum. Was? Was? Just Chatting macht Spaß zum Moden. Hat man viel... Hat man was zu tun? Weil da nur Idioten kommen dann. Ja. Nee, lass mal. Ich mag Just Chatting nicht so. Bisschen an diesem Tag streamen. Ja, ich wollte eigentlich Pokémon streamen abends. Bisschen. Aber ich den Tag nicht so merken möchte. Ich mag das nicht. Jetzt kommen echt alle Charaktere, oder was? Ich brenne hier gleich irgendwas ab. Wieder ein Jahr älter. Ja. Weiß. Ich nenne es einfach Level Up Day. Fertig. Ich darf schon bei Pokémon es kürzer. Bei Pokémon... Das werde ich am Sonntag jetzt nicht durchspielen, aber... So ein bisschen mal vorankommen. Was geht am Sonntag? Am Sonntag stream ich. So ein bisschen... Pokémon. Eine Minute? Ja, schön. Und hier zehn Stunden. Was machst du an Silvester? Also morgen. Nichts weiter hier sitzen. Bis zum nächsten Silvester. Erlöst mich bitte. Äh... Diesen Qualen. Boah, die Schrift tut echt weh, wenn man das jetzt liest. Und genauso im Chat ist das gleiche Problem. Ähm... Deswegen sag ich's, äh... Sag ich das immer. Ich hab mir das im Kalender notiert. Erst wenn Special Things kommt, ähm... geht es dem Ende zu. Oh, ich hab Zeit. Hast du den Anfang verpasst? Guck dir die Wiederholung an. Da kann ich nicht hingucken. Das tut echt weh. So. Das klingt jetzt aber Schmerzen halt. Ich hab auch Schmerzen. Ihr müsst euch das jetzt nicht mit noch... auch reinziehen. Also ihr könnt ruhig gehen oder was auch immer. Spiel 80 Stunden, Abspann 8 Stunden. Ja, ich glaub auch. Ich muss auch mal aufs Klo, Leute. Das ist dir egal, ne? In der Zeit hätte man eine Ziege aufhangen. Nicht nur eine. Wieso drehst du und unterhältst dich mit uns? Ja, ich kann aber nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will weg von euch. Nicht Spaß, alles gut. Bis ich will aber dein leuchtenden Augen sehen, wenn du mehr Speicher auf der PS4 hast. Ich geh jetzt ins Bett gleich. Nach 3 Stunden. 300. Ja. Gleich beginnt der dritte Part mit Sadie. Das wollen wir nicht verpassen. Ich würd so... Ich würd weinen, glaub ich. Nein, Killer. Mach hier kein Backseat-Gaming, was ich machen soll. Ich geh gleich. So. Ende. Mann, dieser Motz. Ich sag mal gute Nacht und bis bald. Ich sitz hier noch ne Meile. Danke für den Follow und schlaf gut. Oder spiel. Oder je nachdem, was du jetzt machst. Ich sitz hier noch ein bisschen. Merkt ihr meinen V-Day, was? Ich merke mir schon kaum Namen. Das ist ein Problem. Andere müssen mich erinnern, dass sie Geburtstag haben. Sonst vergesse ich das auch. Ist ja gut, ja. Boah, Junge. Ich bin gereizt, ich will schlafen gehen. Erste, erste. Siehst du, ich hab schon wieder vergessen. Das ist ganz schlimm. Ich merke mir sowas einfach nicht. Zahlen ist bei mir... ...der Tod. Wenn mich jetzt... Ich werde ja auch erinnert an meinen Geburtstag. Würden die das nicht machen? Ich würde das vergessen. Ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen. Ohne Scheiß. Wann hab ich? Keine Ahnung. Ich merke mir das wirklich nicht. Nils müde, Nils schlafen. Na, geh schlafen. Na, geh schlafen. Dieses Datum ist zu kompliziert. Ja, das ist viel zu schwer. Zwei Einzelne sich zu merken. Ich weiß, wann unser Hund Geburtstag hat. Das weiß ich. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Liss. Auf dem Chat auch. Schlaf schön, Duximus. Danke, dass du so lange da warst. Und ja. Erhol dich gut. Nein, ich schöpfe jede Sekunde Streamside aus. Ich finde es schade, dass Liss die Namen nicht vorliest. Ja, weil ich auch so gut in Namen vorlesen bin. Das sieht man auch immer im Stream, ne? Wie scheiße ich die Namen vorlese. P. Jisoo. Jisoo. Siehst du? Fängt schon an. Der P. Dankeschön, Duximus. Dauert noch ein bisschen. Das werde ich bestimmt in YouTube, äh, schneiden. Ohne Scheiß. Thanks to everyone. Special thanks. Ja! Ja! Es geht dem Ende zu. Wehe, jetzt kommt doch irgendein Scheiß. Ich mach irgendwas kaputt. Los, wir schaffen das. Nur noch drei Millionen Buchstaben. Die Kräer sind auf Englisch. Gibt's davon keine deutsche Übersetzung? Anscheinend nicht. Jetzt kommt ein Schweicherfehler. Dann rast dich aus. Wie kommt danach so lange? Hör auf. Mach das nicht. War nur ein Spaß. Wenn du das schneidest, kannst du da mal die Namen zählen. Ja, klar. Ich hab auch so viel Lust, das alles zu zählen. Mhm. Der bekannte PS4 Blue Screen. Ja, den hatte ich auch schon sehr oft. Sehr oft. Mitten auch im Spiel. Nicht gespeichert. Oder du konntest nicht speichern. So, jetzt geht's weiter mit Sadie. Bitte, ich kann jetzt nicht weiterspielen. Ich kann jetzt nicht weiterspielen. Nee, 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 nee. 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 Hier gibt's keine Mission. Guck. Keine Mission. Wie kommt eine Mission? Ich hasse alles. Ich kann jetzt einfach so weiterspielen, ne? Oh, hab ich grad Angst gekriegt. Ich hab grad echt Schiss bekommen. Kann ich dir die Klippe unterschubsen, dass es vorbei ist? Ich weiß nicht, wie du das liebst. Ich hab's nicht. Nein, John. Ich hab's nicht. Ich mag's nicht. Ich liebe's. Es ist home. Sind wir fertig? Das ist Sparta, Sparta. So. Der lebt noch? Was? Ach komm. Wie kann der noch leben?